Diese Crew, die Dreamkillers, hat deine Arbeit verfolgt und will jetzt ein paar Duelle fahren. Leider heißt der Sieg nicht, dass wir sie verdrängen. Sie bezeichnen direkt nur als Barry. Hey, du kannst ihnen zumindest einen Dämpfer verpassen. Ich dachte, ja. Die Sache ist die, die Beschlagnahmung meines Wagens ist bei der Polizei nicht dokumentiert. Sie sagen, sie haben ihn nicht. Das ist echt scheiße. Wem sagst du das? Sorry, diesmal bist du auf dich gestellt. Viel Glück. Das ist echt scheiße. Das ist echt scheiße. Das war's. Das war's. Der neue Wagen hat was drauf, hm? Das war's. 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 Das war's.